Jetzt von hinten ran und Ah, er hat ihn nicht getötet bekommen, ich werde bekloppt, ey. Oh, Alter, wie viele Tote. Alter, wie viele Tote. So, jetzt haben wir gerade hier einen Raid am Laufen. Durch Zufall entdeckt. Peng, peng, bum. Das scheint ein Online-Raid zu sein, oder? Gucken wir mal, wer ist denn das hier? Trolski. Membran. Checktcha oder sowas gegen Getz 50. Oh, scheiß, sind die schon komplett tief, wa? Dreier Werkbank haben sie auch schon. Da ist noch nicht alles. Die Base ist definitiv noch nicht komplett geradet. Die werden jetzt bestimmt noch Stuff holen. Da ist HQM. Der Kerl ist aus HQM. Einer bleibt hier. Ne, zwei sind hier und passen auf. Ja, dann hol die Besuch auch jetzt Sprengstoff. Dann werden wir uns mal hier hinstellen und einfach warten, bis sie wiederkommt. Oh, da kommt einer angeschlichen. Ja, da kommt einer angeschlichen. Oh, da ist noch einer. Alter, jetzt wird überall geballert. Ich will jetzt erst gucken, was für euch ist das hier. Joshua. Und Baba irgendwas. Der hat mit auch geballert, Leute. Wir bleiben jetzt einfach hier vorne. Einer von seinen, ja, der Anne ist tot. Ja, er wird nicht lange überleben. Wenn jetzt seine Mates von hinten kommen, dann ist der Ewig. Oh, die sind anscheinend beschäftigt mit irgendeiner Turret, höre ich da hinten. Ja, ist down. Was hat er so bei sich? Ach, nichts Besonderes. So, jetzt, jetzt habe ich gerade gesehen, da oben sind weitere drei Leute, die jetzt hier countern wollen. Seht ihr sie da oben? Da rechts rennt auch einer. Bin ich gespannt. Wie lange können die sich hier halten? Ich meine, die haben natürlich einen Vorteil. Die müssen bloß in eine Tür rein aimen. Äh. Ach, hier liegt ja auch einer. DJ. Bleibt dann die Verstärkung? Sind die da hinten aufgerieben worden? Oder was ist da los? Wir bleiben trotzdem hier. Wir gucken uns das hier an. Wenn wir mal von hier reingucken. Ah, guck an. Wer ist das? Der Name, der kam mir doch. Ach. Ja, alles klar. Ja. Er ist auch da. Da ist noch einer. Also, Laporn scheint allein hier zu sein. Klara. Ne, Klara hört aber dazu. Böhnensaft. Wer ist das jetzt? Achso. Der hat den jetzt gekillt. Er hilft ihm hoch jetzt bestimmt. Wir werden ja zusammen. Wissen wir ja. Aber gehörte Klara nicht auch zu denen? Ich weiß es gar nicht mehr. Lila ist wohl auch unter Beschuss von irgendjemandem. Oh, da ist einer tot. Okay. Dann haben sie ja bald das übernommen hier. Oh, er hat ihn. Er hat ihn. Das war nicht doch klar. Ne, warte mal. Soul Wolf. Soul Wolf. Ach, ich seh nicht durch. Egal. Die Gruppe hier, die haben jetzt auf jeden Fall die Base übernommen aktuell. Jetzt gucken sie noch, ob was zu holen ist. Aber ich glaube, hier ist alles weg. Das gute Zeug wurde weggebracht. Man kann Minen. Hier ist kein Schrott mehr drin. Ein paar AKs haben sie abgegriffen. Die hauen jetzt ab. Okay, das ist die Butze jetzt. Okay, dann können wir jetzt mal hinten gucken, wie man da abgeht. Da haben wir einen Airdrop, da haben wir einen Nacken mit einer Waterpipe. Wer ist das? Ich werde mal stehen. Das heißt, ich bin mal gespannt. Ob er den Krieg, natürlich ist der Scheiß, jetzt wird's hell, ne? Ich hab mein Helmchen an, wie ihr sehen könnt, damit ein bisschen mehr Beleuchtung reinkommt. Oh, ne fette Base da vorne. Alter. Ja, man sieht aber auch kaum, ne? Bin ich mal gespannt, ob er den kriegt. Aktuell sehe ich keinen weiteren Spieler. Wenn wir schnell sind, können wir mal reingucken, weil drin ist. Kommt er jetzt runter auf den Baum, oder was? Ne, da ist er. Wenn er schlau ist, wartet er noch kurz. Ne, läuft direkt drauf zu. Oh, Expo-Amo. Nice. Ah doch, da ist, da ist schon einer. Ein Equipter. Jetzt von hinten ran und... Ah, er hat ihn nicht getötet bekommen. Ich werde bekloppt, ey. Was? Wieso schießt er nicht? Oh. Ah, da ist noch einer. Nicht mal einen Stoff gönnen sie ihm. Komplett nackt gemacht. Naja. Er hat es versucht. Ah, hier ist noch was. Was geht denn hier ab? Boah, Alter. Wie viele Tote. Alter, wie viele Tote. Alles, alles Leute, die ich noch nie lesen habe. Hat einer Sprengstoff mit bei dem? Ne. Der auch nicht. Alter, wie viele Leute spawnen denn hier? Vier. Vier. Da hat er fünfte. What? Guck dir die Gruppe auf einmal her. Die war doch gestern noch im Server oder was? Krass. Ich noch einer. Ja gut, es ging ja vorhin auch bloß um den Raid. Und dann werde ich mich weiter auf die Suche machen nach irgendwelchen Action-Szenen und werde euch diese dann aufnehmen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.